Von nun an ging's bergab. Das sang einst Hildegard Knef und so erging es nun auch der deutschen Inflationsrate. Diese sank auf den tiefsten Stand seit drei Jahren und liegt nun bei 2,2 Prozent. Ein überraschend niedriger Wert, wenn man bedenkt, dass der Wert vor etwas mehr als einem Jahr satte 6,5 Prozentpunkte darüber lag. Damit liegt die Inflationsrate auch wieder in der Nähe der von der EZB angestrebten Zielrate von 2 Prozent. Die Aktienmärkte warten weiterhin auf eindeutige Signale und ansonsten herrschte zunächst österliche Ruhe nach dem Fest. Dennoch sorgen sich die Märkte darum, dass die Zinssenkungen später kommen könnten als gedacht. Die USA bereiten sich mehr und mehr auf die Wahl im November vor und Parteien und Kandidaten gehen in Stellung. Wann startet denn nun die umgekehrte Zinswende? Wartet die amerikanische Notenbank noch ab? Und was bedeutet das alles für die Geldanlage? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 11. April 2024. Und bei mir ist wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Herr Kater. Guten Morgen. Ja, sie ist und bleibt ja einfach weiterhin das Thema an den Märkten, nämlich die Inflation oder genauer gesagt die Inflationsrate. Und da ich ja in den letzten fast vier Jahren auch schon wieder vieles aus dem Studium aufgefrischt habe, ist das eine meiner Missionen, Herr Kater. Nämlich, mich triggert mittlerweile, wenn die Leute sowas sagen wie, die Preise sind ja so hoch. Und ich versuche dann immer zu erklären, dass trotzdem die Inflationsrate niedrig sein kann. Denn Inflation ist ja die Veränderung der Preise und zwar aller Preise. Das heißt also, einige können sich auch natürlich verändern, aber insgesamt steigen die Preise eben nicht mehr so schnell. Ich weiß, dass es auch ein bisschen Erbsenzählerei ist am Ende des Tages, aber irgendwie triggert mich das einfach immer, wenn das so ein bisschen lapidar alles dargestellt wird. Und dann habe ich mir überlegt, Herr Kater, das muss bei Ihnen ja noch viel schlimmer sein. Wenn dann Menschen mit so einem gesunden Halbwissen daherkommen und vielleicht auch noch in der Öffentlichkeit mit diesem Wissen dann eben auftreten, das muss sie doch noch viel mehr ärgern, wenn dann dauernd irgendwie falsche Begriffe verwendet werden. Gerade jetzt im Zusammenhang auch mit der Inflation beispielsweise. Naja, vieles ist ja die Frage, ob man sich klar ausdrückt. Und wenn man auch im Ungefähren bleiben will, dann verschleiert man das irgendwie alles so ein bisschen. Das nervt so ein bisschen manchmal. Für uns gilt aber, ganz aller für mich gilt heute ganz klar, wenn irgendwas unverständlich ist, dann liegt es eher am Sender als am Empfänger. Gerade bei uns, gerade bei den Ökonomen ist doch klar, wenn wir uns in der Öffentlichkeit äußern, dann muss das so sein, dass es auch insbesondere Nicht-Ökonomen eben nachvollziehen können. Denn es ist ja schon schlimm genug, ob es überhaupt richtig ist, was wir sagen. Das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Denn gerade für Ökonomen, das gilt ja noch mehr als für andere Wissenschaften, die absolute Wahrheit gibt es da nicht. Genau, deswegen verwenden Sie auch immer gerne diesen Ausdruck Ceteris Paribus, glaube ich. Ja, das ist was aus der ökonomischen Denkart. Wenn sich alles andere nicht ändert, dann kann man einen Effekt berechnen. Aber leider ändern sich viel mehr Dinge, als man in seinem Modell berücksichtigen kann. Und deswegen stimmt dann das Modellergebnis nicht. Und dann sagt man, ich nehme einfach an, dass sich nichts ändert. Dann stimmt es schon. Ja, das ist doch sehr schön. Das ist doch eine schöne Annahme eigentlich. Aber bleiben wir mal bei der Inflationsrate. Die ist ja erfreulich gesunken. In Deutschland liegen wir jetzt bei 2,2 Prozent. Und nun weiß aber der regelmäßige Teil unserer Zuhörerschaft schon in etwa, was ein Basiseffekt ist. Und man könnte sich ja natürlich fragen, steckt denn diesmal auch wieder so ein Basiseffekt hinter der Sache? Der Basiseffekt, das ist wie bei den Fremdwörtern. Alle reden drüber, aber keiner weiß so genau, was es ist. Wollen wir den nochmal erklären, Herr Hussmann? Ich glaube schon, Herr Kater. Also es tut ja auf jeden Fall gut. Ich habe das ja gelernt in der Schule. Wiederholung ist wichtig. Deswegen vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz drauf ein. Dann machen wir es mal ein bisschen bildhaft. Stellen Sie sich mal vor, Sie messen jeden Monat Ihre Körpergröße mit der berühmten Kerbe in der Tür, im Türrahmen. So, jetzt machen wir es mal einfach. Also bei erwachsenen Menschen sollte sich diese Körpergröße ja jeden Monat gleich sein, sollte sich ja nicht verändern. Es gibt also kein Wachstum und keine Inflation. Kerbe ist jedes Mal an der gleichen Stelle. Es sei denn, Sie sacken unter der Last der Arbeit bei der DKI jeden Monat ein bisschen zusammen. Aber das, wie gesagt, lassen wir mal außen vor. Noch geht es mit Ihnen, Herr Kater. Noch geht es. Das ist schön. So. Also Kerbe bleibt jeden Monat an der gleichen Stelle, weil die Körpergröße sich nicht ändert. Wenn ich aber von einem Monat auf den anderen, was weiß ich, das Parkett abgeschliffen habe oder ich habe sogar eine Stufe eingebaut nach unten, dann gibt es auf einmal eine neue Kerbe und zwar unterhalb der alten. Dann sagt einem die neue Kerbe, huch, du bist geschrumpft. Dabei liegt ihre Körpergröße bei genau dem gleichen Wert, aber die Basis, von der aus gemessen wurde, die hat sich geändert. Die Basis, auf der sie stehen, die hat sich geändert. Und bei den Preisen ist das ein bisschen auch so. Bei der Inflationsrate vergleicht man ja jetzt die Preise im März 2024 mit den Preisen im März 2023. Im April vergleicht man dann die Preise von April 2024 mit denen von April 2023. Wenn jetzt in diesem Jahr im April die Inflationsrate gestiegen ist, dann kann es natürlich daran liegen, dass gerade in den letzten vier Wochen die Preise angestiegen sind. Das wäre dann das, was wir eben mit Inflation meinen. Dann wäre also die Körpergröße tatsächlich gewachsen. Es kann aber auch eben sein, dass die Preise in den letzten vier Wochen völlig gleich geblieben sind. Es gibt also aktuell gar keine Inflation. Aber im vergangenen Jahr, im vergangenen März auf April sind sogar die Preise gesunken. Gibt es manchmal. Hin und wieder, wenn beispielsweise Energiepreise zurückgehen oder etwa Mehrwertsteuer in der Pandemie gesenkt wird oder was, dann sinken auch mal Preise. Und dann würde auch eine höhere Inflationsrate ausgewiesen werden, aber nicht, weil jetzt gerade die Preise gestiegen sind, sondern weil vor zwölf Monaten aus irgendeinem Grund die Preise mal gesunken sind. Und dieser Teil der Inflationsrate, die jetzt nicht auf die aktuelle Preisentwicklung zurückzuführen ist, sondern auf das, was vor einem Jahr passiert ist, das nennt man dann eben den Basiseffekt. Heißt also, dass bei der monatlich gemeldeten Inflationsrate eben nicht nur das wichtig ist, was jetzt gerade passiert ist mit den Preisen, sondern eben was auch vor zwölf Monaten passiert ist. So angewendet auf jetzt, was ist vor zwölf Monaten passiert? Wir standen ja immer noch unter dem Eindruck von steigenden Energiepreisen. Es ging damals also hoch. Und deswegen haben Basiseffekte in diesen Monaten, also in diesem Jahr, jetzt hier 2024, die Inflation eher entlastet und damit auch die Inflation nach unten gebracht. So, das heißt jetzt aber auch nicht, dass die Inflation, so wie wir sie jeden Monat jetzt diskutieren, dass die irgendwie verfälscht wäre oder falsch wäre. Solche Basiseffekte, die können halt nur ganz kurzfristig mal ein bisschen Unsicherheit oder ein bisschen Irritationen reinbringen. Den richtigen Inflationstrend können auch Basiseffekte nicht verdecken. Also wenn die Preise nachhaltig ansteigen, dann merkt man das in jedem Fall. Basiseffekt hin oder her. Es ist nur so, dass diese Basiseffekte, die positiven Basiseffekte jetzt gerade auslaufen und in den nächsten Monaten dann eher umgekehrt wirken. Das heißt, in den nächsten Monaten wird es dann eher für die Inflation schwieriger werden auf dem niedrigen Niveau. Wir sind ja bei 2,2 Prozent zu verharren und deswegen glauben wir auch, dass die Inflation eben, naja zumindest so ab dem Sommer, Spätsommer dann auch wieder nach oben geht. Aber trotzdem dürfte jetzt ja soweit erstmal alles klar sein. Die Inflation ist runter und die Aktienmärkte haben das ja schon so ziemlich vorweggenommen in den letzten Wochen, muss man sagen. Und die beiden großen Notenbanken könnten ja jetzt auch dann anfangen, endlich mal ihre Zinsen zu senken, denn da warten ja irgendwie alle drauf an den Märkten. Dennoch herrschte nach der österlichen Ruhe jetzt in den letzten Tagen einige Unruhe, weil man eben befürchtete und das hat sich auch so ein bisschen bewahrheitet dann mit den gestrigen Daten, dass die Inflationsdaten in den USA nicht so stark gesunken sind, dass man jetzt auch tatsächlich die Zinsen senken könnte. Warum ist das denn in den USA so viel hartnäckiger als beispielsweise jetzt in Europa? Da ging es ja dann doch jetzt relativ straight nach unten mit den Inflationsdaten und damit stehen ja die Zinssenkungen auch weiter im Raum. Ja, ein bisschen Unruhe ist schön gesagt. Das hat ordentlich gerappelt gestern und zwar weil die Inflation in Amerika um ein Zehntel höher gemeldet worden ist, als das erwartet worden ist. Jetzt im Vormonatsvergleich, nicht im Vorjahresvergleich. Ja, das zeigt eben vor allen Dingen, wie schwierig es ist, eben den Inflationsprozess einzuschätzen. Ja, vielleicht mal zum Hintergrund. Für die privaten Haushalte, für die Konsumenten und auch für die Unternehmen ist das Inflationsthema durch. Da zählen vor allen Dingen solche großen Inflationsbewegungen von 5%, 8%, 10%. Die haben die Bürger in Panik versetzt, nicht ganz zu Unrecht. Aber das Thema ist gegessen. Also wir sind mit der Inflation soweit durch. Was jetzt noch passiert an Diskussionen, ist eher was für die Finanzmärkte. Denn der Konsument würde vielleicht sagen, es ist eigentlich jetzt nicht so wichtig, ob die Inflation bei 2,2 oder vielleicht 2,7 oder 3,0 liegt. Das ist für mich jetzt nicht so problematisch wie das, was ich da im Oktober 2022 erlebt habe mit 10%, hat er recht. Aber für den Finanzmarkt ist ein Unterschied von einem Prozentpunkt, also ob die Inflation bei 2 oder 3 ist, schon extrem wichtig, weil Finanzmärkte denken lange in die Zukunft. Eine 10-jährige Anleihe wird unter der Voraussetzung begeben, dass die Inflation 10 Jahre lang eingeschätzt werden muss. Und wenn man jedes Jahr einen Prozentpunkt falsch liegt, dann summiert sich das schon auf. Also da ist ein Zehntel Inflation schon ganz wichtig. Und deswegen ist es eben an den Finanzmärkten, da geht es dann schon mit den Zehnteln los. Das Ziel liegt ganz klar darin, dass die Manager der Finanzmärkte, und das sind die Zentralbanken, die Manager der Währungen, schon dafür sorgen müssen, dass die Inflation wieder bei 2,0 liegt. Jetzt nicht sklavisch, natürlich gibt es Abweichungen, das weiß jeder, aber die Abweichungen von 2,0 müssen symmetrisch sein. Es muss mal nach oben gehen, aber nach unten gehen, sodass im Durchschnitt eben diese 2,0 rauskommt. Das ist das Wichtige und darum geht es jetzt an den Märkten. Und wir sind so gerade auf der Kippe, wo man bisher angenommen hat, naja, es geht wieder runter auf 2,0. Im Jahr 2025, 26 sind wir wieder da. Und einer anderen Fraktion, die sagt, nee, nee, also bleibt doch eher bei 3%. Und das sind schon zwei unterschiedliche Perspektiven für eben die Finanzmärkte und auch gerade für die Geldpolitik. Weil, ich habe es gesagt, Notenbanken müssen zwangsläufig, sonst verlieren sie an Glaubwürdigkeit, zwangsläufig die Inflation auf 2% runterprügeln. In einem absehbaren Zeitraum von ein, zwei, drei Jahren. Wenn sich jetzt abzeichnet, dass die Fraktion richtig liegt, die sagt, naja, wir liegen aber immer noch bei 3%, eher 3% plus. Wir sind zwar jetzt zufällig ein bisschen niedriger, aber es geht eher nach oben. Dann müssen die Notenbanken nochmal ran mit der Inflationsbekämpfung. Und genau das ist ja eben jetzt die Frage. Können die Amerikaner die Zinsen senken in einer Situation, wo die Inflation eigentlich eher bei 3 liegt, als wie teilweise noch gemeldet wird bei 2? Das sind dann Sondereffekte. Und ja, die Zahl gestern war wieder leicht enttäuschend. Die beiden Inflationszahlen davor in den letzten beiden Monaten waren auch enttäuschend. Und dann bildet sich langsam ein Bild raus, wo man sagen kann, nee, nee, im Juni können die Zinsen noch nicht gesenkt werden. Und genau das ist gestern passiert. Der Markt, die meisten Analysten haben gestern kapituliert, was in Amerika die Juni Zinssenkung angeht und sie zumindest verschoben. Und das hat eben dann auch die heftigen Reaktionen an Aktienmärkten hervorgerufen. An den Rentenmärkten hatte man das eigentlich schon so ein wenig angefangen einzupreisen schon in den letzten Wochen. Aber an den Aktienmärkten hat das eben nochmal deutlich Reaktionen hervorgerufen, insbesondere zu den Aktien. Es ist aus unserer Sicht ziemlich klar, dass die Verschiebung der Zinswende die gute Aktienmarktentwicklung nicht kaputt macht. Wir sind auch deutlich weiterhin positiv für den Aktienmarkt, weil die gute oder die problematische Zinsdiskussion hat ja einen Grund und zwar die gute Konjunkturentwicklung. Und in dem Falle ist es für die Aktienmärkte natürlich genauso wichtig, nein es ist wichtiger, dass die Konjunktur in den Vereinigten Staaten läuft. Denn gleichzeitig mit der Verschiebung der Zinswende nach hinten, die meisten gehen jetzt von September aus mit dem ersten Zinsschritt nach unten, werden ja die Konjunkturprognosen für Amerika angehoben. Wir werden das auch tun, nochmal wieder tun. Und das ist für die Aktienmärkte wichtiger. Insofern bleiben die Ausblicke für die Aktienmärkte positiv. Wenn die Zinssenkungserwartungen nach hinten geschoben werden, irritiert das, aber produziert kein völlig neues Bild. Was anderes wäre es, wenn die amerikanische Notenbank zum Ergebnis kommen würde, es geht nicht darum, die Zinssenkung nach hinten zu verschieben, sondern wir müssen die Zinsen erhöhen. Das wäre ein neues Bild, das wäre was anderes, aber davon sind wir sehr sehr weit entfernt. Also trotz dieser problematischen Entwicklung bei der Inflation gehen wir doch davon aus, dass sich über diese Zeit von ein, zwei Jahren die Inflation weiter beruhigt. Und es gilt nochmal mehr für Europa. Die Konjunkturdynamik in Amerika ist riesen höher als in Europa. Deswegen spielt sich auch diese Inflationsdebatte hauptsächlich jetzt in Amerika ab. In Europa für die EZB rechnen wir weiterhin mit Juni als Zinssenkungstermin, als ersten Zinssenkungstermin. Wir haben jetzt heute in einigen Stunden die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die April-Sitzung. Und da werden wir auch sehr gut hinhören, was Frau Lagarde uns berichtet. Aber es zeichnet sich ab, dass in diesem Zinszyklus zum ersten Mal im Bestehen der EZB wahrscheinlich die Europäische Zentralbank die Zinsen eher senkt als die amerikanische. Zumal in den USA, habe ich auch gelesen, der Arbeitsmarkt auch weiterhin noch sehr gut läuft. Das ist ja auch immer so ein Signal. Also solange es da noch sehr gut läuft, wird wahrscheinlich die Zinssenkung auch noch ein bisschen geschoben. Ja, der Arbeitsmarkt steht im Zentrum der Analyse in Amerika. Hier werden immer sehr, sehr große Zuwächse an Jobs gemessen. Und man fragt sich, wie kann das sein? Wo kommen die ganzen Leute her? Sicherlich immer noch Leute, die sich aus der Corona-Zeit verabschiedet hatten, aber jetzt wieder an den Arbeitsmarkt kommen. Aber ein Riesenthema in den USA ist das Thema Immigration. Das gesellschaftlich genauso diskutiert wird wie hier. Hohe Problematiken bei Integration und alles was damit zusammenhängt. Aber vom wirtschaftlichen Faktor in Amerika recht eindeutig dahin funktioniert, dass die Menschen schnell in die Arbeitsmärkte integriert werden und dort eben für Jobwachstum sorgen. Und zumindest ein Teil der dynamischen Entwicklung im Arbeitsmarkt in Amerika. Und am Ende dann auch der Konjunktur darstellen. Wie viel, darum geht eben die Diskussion und das bedarf also auch noch weiterer Beobachtung und Auswertung. Ja, in den USA stehen ja zudem auch noch Wahlen an, also oder die Wahl im November. Und man merkt ja jetzt schon so ein bisschen, wie der Wahlkampf so langsam Fahrt aufnimmt. Also Donald Trump streut schon mal so ein paar Unsicherheiten im Hinblick auf die korrekte Durchführung der Wahl aus und versucht gleichzeitig natürlich aus den zahlreichen drohenden Prozessen, in denen er ja drinnen steckt, irgendwie rauszukommen. Joe Biden wiederum hat eine tolle Wirtschaft hinter sich. Die kann er aber im Wahlkampf gar nicht so richtig nutzen. Denn da herrscht so ein bisschen die Wahrnehmung, naja, das haben ja die Unternehmen gemacht. Das hat ja nichts mit dem Präsidenten jetzt erstmal zu tun. Der hat ja da kaum was für getan eigentlich. Aber gefühlt gilt auch hier wieder die alte Regel. Politische Börsen haben kurze Beine, heißt es ja so schön. Denn aktuell interessiert sich eigentlich niemand an den Märkten so richtig für das, was da im US-Wahlkampf passiert. Zumindest kommt es mir aktuell so vor. Ja, es ist so, es zeichnet sich ja durchaus ab, dass es auf eine zweite Amtszeit Trumps zuläuft. Bei allen Unsicherheiten, die natürlich, es ist ja noch ein paar Monate hin, passieren können. Und die Märkte haben dieses Thema eigentlich nicht entdeckt. Ich glaube auch nicht, dass es an den Aktien- und Anleihenmärkten für langanhaltende Kursbewegungen sorgen sollte. Vielleicht um den Wahltermin rundherum wieder ein paar Tage. Aber das ist wirklich dieses Thema, politische Börsen und kurze Beine. Das werden nur sehr, sehr kurzzeitige Kursreaktionen passieren. Wir bleiben dabei, am stärksten und am nachhaltigsten würden Aktien und Renten dann schwanken, wenn die Wahl kein Ergebnis hervorbringen würde. Also wenn das Wahlergebnis nicht anerkannt würde, wenn es sogar Gewalt auf den Straßen geben sollte. Denn dann nimmt die Unsicherheit zu, ob der größte Kapitalmarkt der Welt eben überhaupt noch ein sicherer Hafen für Vermögen ist, wenn er das Thema Unregierbarkeit dann die Runde macht. Aber auch das halte ich persönlich für nicht wahrscheinlich. Bei allem, was wir schon aus Amerika gesehen haben, trotzdem für unwahrscheinlich. Sodass es dann wirklich daraus hinausläuft, was ist denn für die Wirtschaft jetzt die Konsequenz bei einem Sieger Biden oder bei einem Sieger Trump. Und da muss man doch sagen, die Wirtschaftsprogramme unterscheiden sich doch nicht so fundamental, dass es also völlig neue Kursniveaus geben müsste. Was will Trump ökonomisch machen? Er will die Steuern senken. Das ist gut für amerikanische Aktien. Er will Zölle einführen. Das ist kurzfristig sogar auch gut für amerikanische Aktien. Langfristig ist es schlecht für alle Aktien auf der Welt, weil das Handelskrieg entfachen könnte, der eben fürs Wachstum in der Welt nicht gut wäre. Und er will die Einwanderung begrenzen. Das ist, ja, je nachdem welchen Faktor die Einwanderung in den USA für die Konjunktur gerade ausmacht, dann auch problematisch eher für Aktien, weil das Wachstum dann zurückgehen würde. Aber auch das ist etwas, was sich in den nächsten Jahren, wenn überhaupt, dann ganz langfristig zeigen würden. Und allzu weit entfernt, insbesondere in der Handelspolitik, ist die demokratische Regierung unter Biden ja auch nicht. Trotzdem sind wir am meisten bei der Perspektive Trump 2.0 besorgt, um eben diese Perspektive eines eventuell neuen Handelskriegs, also politische Zölle aus den USA gegen China. Anti-Dumping-Zölle dann auch aus Europa gegen China und dann Gegenzölle aus China gegen Europa und die ganzen Fragen von den Firmen, die in China eben arbeiten. Also das sind schon Perspektiven, das würde die Weltwirtschaft schon stärker bedrohen. Aber auch dazu muss es nicht kommen. Das ist ja immer die große Problematik, wenn man wirtschaftliche Voraussagen machen möchte, unter der Voraussetzung, dass die Politik dies und jenes macht. Da macht die Politik eben nicht dies und jenes und dann sind alle Schreckensgemälden oder auch Wolkenkuckucksheime sind dann Makulatur. Da muss man tatsächlich demütig sein und dann fragen, wenn die Politik das macht, dann passiert jenes. Aber ob sie es macht, da müssen wir dann erstmal abwarten. Und in den Überlegungen, die wir machen, sind natürlich auch weniger drin. Also diese politischen Unsicherheiten betreffen natürlich gerade diese viel diskutierten Themen Außenpolitik, NATO-Austritt, Spannungen in Asien und so weiter und so fort. Darauf kann man sich vorbereiten, indem man Szenarien macht, aber man muss sie dann beurteilen, wenn sie auftreten. Weil Politik ist einfach zu sprunghaft, um sie vorhersagen zu können. Sprunghaft waren ja auch die Aktienmärkte in den letzten Tagen. Also da ging es kräftig rund. Da hat es richtig gerappelt mal. Durch die Zinsen kam ja aber auch wieder eine andere Anlageklasse so ein bisschen in den Fokus, nämlich die Anleihen. Und deren Entwicklung ist ja für den normalen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland so ein bisschen schwerer nachzuvollziehen, würde ich sagen. Weil bei den Aktien hat man ja die ganzen Indizes, man hat den DAX als sehr schönen Messwert eigentlich, wo man sehr gut dran beurteilen kann, wie ist es aktuell um die Aktien bestellt. Wie gesagt, das Thema Rentenpapiere ist nicht so einfach zu verstehen, da da auch viele mathematische Zusammenhänge sind. Also zwischen Zinsen und den Kursen und Rückzahlung und so weiter. Mal so ganz grundsätzlich, wie ist es denn in den Zeiten der drohenden Zinssenkung um die Anleihen bestellt? Ja, vor allen Dingen, wo es ja ganz lange hieß, Anleihen sind tot, weil in der Nullzinsphase bis, ja ich würde sagen bis 2021, da hieß es ja, man kann mit Anleihen überhaupt kein Geld mehr verdienen, weil die ja auch unmerklich über Null rentiert haben. Aber um das klar zu sagen, das ist vorbei. Der Zins ist zurück. Anleihen sind wieder mega attraktiv geworden. Und das gilt insbesondere auch in diesem Jahr und das gilt noch besonderer für jetzt, heute, gerade wo wir sprechen. In den letzten Monaten hatte man dann schon gedacht, Anleiherenditen waren letztes Jahr so stark hochgegangen, dass das jetzt auch schon wieder zu viel würde. Also sie waren dann schon mal noch attraktiver. Und dann sanken ja auch schon wieder die Anleiherenditen, weil ich alle Welt gesagt hatte, die Notenbanken werden die Leitzinsen senken. Das geht wieder ein Stückchen zurück. Zwar nicht mehr auf Null, aber eben wieder so ein bisschen zurück. Und das ist in den letzten Wochen ja auch wieder durchkreuzt worden, weil eben die Zinswende nach hinten geschoben wird, wenn man sich fragt, wie einfach gehen die Zinssenkungen, sodass die Anleihen jetzt ja wieder zugelegt haben in der Rendite. Das heißt also, wir haben jetzt gerade wieder eine sehr, sehr attraktive Situation, um Unternehmensanleihen, die ja nochmal höher rentieren als Staatsanleihen und von der Bonität her teilweise ja sogar als besser einzustufen sind als Staatsanleihen, werfen Renditen ab, mit denen man eben auch die Inflationsrate schlagen kann. Und das ist ja das Ziel eines jeden Anlegers. Also neue Attraktivität von Renten. Wir merken langsam, dass die Anlegerin und der Anleger aufgewacht sind und eben das auch wieder erkennen. Es ist verständlich, dass das jetzt ein Weilchen gedauert hat, dass die Renten so eine Renaissance erleben, weil sie waren wirklich zehn Jahre lang weg vom Fenster. Aber sie werden jetzt mehr und mehr entdeckt wieder und früher, und was heißt früher, es ist ja immer noch so, dass sie ein fester und wichtiger Bestandteil des Vermögens sind. Sie bringen Stabilität ins Gesamtportfolio rein und ergänzen eben damit die Aktienanlage. Insofern für uns normalisiert sich auch hier einiges wie so vieles. Die Renten sind wieder im Spiel und das ist auch gut so. Ja, Anleihen dienen ja auch zur Refinanzierung von Unternehmen, also dann Unternehmensanleihen entsprechend. In dem Zusammenhang habe ich noch eine spannende Zahl aufgeschnappt. Es gab nämlich im März dieses Jahres so viele Pleiten bei Unternehmen in Deutschland wie noch nie. So stand es zumindest in den Schlagzeilen. Aber vermutlich steckt da auch wieder irgendwas dahinter. Eben nicht die wirtschaftliche Deindustrialisierung Deutschlands, sondern irgendeine statistische Besonderheit wahrscheinlich. Naja, noch nicht mal eine statistische Besonderheit, sondern das, was in den letzten Jahren passiert ist. Es ist immer noch so natürlich, dass der Corona, der Insolvenzstau aus der Corona-Zeit, der löst sich auf. Der muss sich auch auflösen. Und daran sieht man eher wieder, wie viel ökonomische Aufräumarbeiten nach Corona eben noch zu leisten sind. Das Thema ist eigentlich vorbei, zumindest von der gesamtweltwirtschaftlichen Bedrohung her. Aber mit den Themen Inflation, Zinsanstieg und auch Insolvenzen ist ja da so viel, was sich noch normalisieren muss. Und das sehen wir eben wieder. Die Insolvenzen sind aufgehalten worden in der Zeit. Und man hört das jetzt auch und sieht das auch anhand von Beispielen oder anekdotischen Geschichten. Dort, wo das Management schlecht ist, wo man vielleicht schon vor Corona gesagt hat, da läuft was nicht richtig, ein Geschäftsmodell von einer Firma. Da wird es jetzt ganz prekär, weil das ist eine Weile lang noch konserviert worden in Corona durch die vielen Hilfen. Aber die Schwachstellen sind ja da und die zeigen sich dann jetzt umso mehr. Dazu haben wir unsere Problembranchen. Wir haben eine riesige Baurezession. Da ist es dann auch nachvollziehbar, dass die Insolvenzen steigen. Thema Gastronomie ist auch schwierig. Da kommen also jetzt so ein paar Entwicklungen zusammen, die die Zahlen dann eben auch erklären. Es geht dann auch noch ein bisschen weiter. Ist aber auch wesentlich, dass hiervon nicht die großen börsengehandelten Unternehmen betroffen sind. Denn die haben ja gerade ganz im Gegenteil in den letzten Jahren ihre Bilanzqualität, das heißt also Verschuldung, verbessert. Die großen Sektoren der Volkswirtschaft stehen nach Corona eigentlich vergleichsweise im historischen Vergleich von ihrer Finanzkraft ganz gut da. Das sind die Haushalte, alle zusammengenommen und die Unternehmen, die Verschuldungsquoten sind dort im historischen Vergleich relativ gering. Ja, dann biegen wir mal so langsam auf die Zielgerade ein. Und da stelle ich ja immer mal ganz gern die Frage, was liegt denn so auf Ihrem Schreibtisch, Herr Kater, was es zu berichten geht. Sind es nur Inflation und Zinsen oder gibt es noch mehr? Naja, Zinsen stehen schon im Vordergrund. Haben wir auch ganz groß jetzt hier besprochen. Hat ja auch einen großen Raum hier angenommen. Aber natürlich machen sich dann noch weitere Diskussionen breit, wie immer, die mal mehr, mal weniger beleuchtet werden. Wir waren jetzt gerade bei soliden Bilanzen von Haushalten und Unternehmen. Das kann man aber für die Staaten nicht sagen. Und es gibt mehr und mehr langsam aufnehmende Debatte über die Gesundheit der Staatsfinanzen. USA immer noch riesige Defizite jedes Jahr, der Staatshaushalt. Und wenn Trump kommt, dann irgendwann wird das dann schon zum Thema. Vielleicht nicht nächstes Jahr, nicht übernächstes Jahr. Wir wundern uns hier, dass wir in der Konjunktur abstinken, die Deutschen gegenüber den Italienern und Spaniern. Und jetzt, wenn wir mal in die Zahlen mal reinschauen, dann sehen wir, dass die beiden Länder einfach unglaublich viel Unterstützung aus dem Wiederaufbauprogramm aus der EU kriegen. In Italien Größenordnung von 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In Spanien ebenfalls schon sehr viel Gelder abgerufen worden sind. Und dann ist natürlich klar, dass dann eben die wirtschaftliche Dynamik auch steigt, wenn der Staat so viel Impulse liefert. Und trotzdem ist in diesen Ländern die Verschuldung, die jährliche Verschuldung des Staates ungebremst. Italien hat die Schuldenquote ein bisschen gesenkt, aber das kommt auch nur durch die Inflation. Also das ist ein Thema. Wo geht es hin? Wie stark sind auch diese fiskalischen Impulse, wie wir das sagen, verantwortlich für Konjunkturaufschwung, den wir jetzt hier in Europa erwarten? Das sind alles Fragen, die mehr in den Blick rücken, die wir auch diskutieren. Es schält sich als Ergebnis eine Zweiteilung raus. Kurzfristig ist das ein großer Booster für die Wirtschaft und wird wahrscheinlich oder es kann gut sein, dass das in 2025 und 2026 auch in Europa zu einem deutlichen Aufschwung führen wird. In Amerika ist der Aufschwung schon im Gang. Da kann es vielleicht auch sogar noch weitergehen mit den guten Zahlen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, auch gerade für die Aktienmärkte. Aber zweiter Punkt ist natürlich die Frage, wie geht es dann längerfristig weiter? Das sind allerdings Themen, die kann man sich mal überlegen. Die werden aber an den Märkten erstmal keine Rolle spielen. Wie gesagt, wenn es dazu kommt, dass auch gerade aufgrund dieser fiskalischen Impulse die Konjunktur angeschmissen wird, dann haben wir erstmal auch die Chance auf einen längeren Aufschwung hier in Europa. Und naja, die Rechnung muss dann hinterher schon bezahlt werden, auch staatlicherseits. Aber das sind Themen, die eben noch eine ganze, ganze Weile in die Zukunft reichen. Ich glaube ja, wir werden uns noch eine ganze Weile über Zinsen und Inflation unterhalten müssen hier im Podcast. Denn das ist ja im Moment so das treibende Thema eigentlich an den Märkten. Aber wir werden natürlich auch mal so einen Blick werfen vielleicht auf die Aktienmärkte, wie die sich jetzt dann weiterentwickeln, abseits dieser ganzen Zinsen, weil eigentlich stehen ja noch ganz andere Daten hinter so Aktienmärkten. Und die sollte man ja auch immer mal im Blick haben, weil die sind ja mindestens genauso wichtig wie die Zinsen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen für heute ein Schleifchen dran. Vielen Dank für Ihren Blick auf die Kapitalmärkte, Herr Kater. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben zu Börse, Wirtschaft oder den Märkten, dann lassen Sie uns gerne eine Nachricht zukommen. Sie finden uns entweder auf den gängigen Social Media Plattformen oder Sie schreiben uns einfach eine E-Mail an podcast.dk.de. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen auf iTunes oder anderen Plattformen, wo man Podcasts bewerten kann. Da können Sie ein paar Sterne verteilen oder auch gerne noch ein paar Zeilen an uns schreiben. Das war es von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.